Herzlich Willkommen zum Rockhütten-Podcast! Ja, so! Nein, nein, nein! Herzlich Willkommen zur 143. Episode am 21.7.23! Ne, was? Das klang jetzt irgendwie eher wie ein Franzose, der in Sachsen aufgewachsen ist oder so. Das ist auch alles vermicht, was geht! Ja, ich hab das nicht so drauf mit den Dialekten, ne? Nein, ja, herzlich Willkommen, würde ich mal sagen. Wir sind mal wieder. Mal wieder in einem unserer Urlaubspodcasten. Ja, bist du denn schon erholt und entspannt? Du hast ja jetzt auch schon seit ein paar Tagen Urlaub. Ja, ich hab exakt seit 5 Tagen jetzt wirklich Urlaub. Exakt! Ich hab 5 Tage Urlaub und ich muss sagen... Bist du schon runtergekommen? Ja, bin ich. Und das Schöne ist, ich hab noch 3,5 Wochen. Nein, das ist so kotzen. Ich bin jetzt schon wieder seit einer Woche am Arbeiten und die Erholung ist schon wieder dahin. Schon wieder dasselbe Trott wie vorher. Das wird mir auch so gehen, aber erst Mitte August. Das ist super. Mitte August ist schon 2 Wochen vor dem nächsten Auftritt. Ja, oh Leute, wenn ihr... Oh nee, Moment, Moment. Wir wollen hier Ordnung und Ruhe reinbringen. Genau, ein bisschen Contenance. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben euch begrüßt. Der Tom hat ein bisschen Schwachsinn erzählt. Passiert öfter, öfters. Da wir ja im Moment absolut in der Rockhütte-Urlaubssaison sind. Ich hoffe, ihr habt auch alle schon unseren Ausflug zum Zoo genossen. Fortsetzung folgt. Ich will nämlich echt wissen, wie es Danger so ergangen ist seit dem Affen-Theater. Ähm, Torbi ist aktuell auch im Urlaub. Ja, der hat sich mal eben einfach verpisst. Der hat gesagt, nur kurzfristig, ich bin weg. Das heißt aber, dass wir heute wieder einen Überlänge-Podcast starten dürfen. Nicht schlecht. Ja, weil keiner mit der Peitsche hinter uns ist. Wenn wir so viel zu erzählen haben. Auf jeden Fall, weil du hast mich ja gerade darauf angesprochen, dass wir bald wieder ein Konzert haben. Was geht an? So, was mir nämlich noch eingefallen ist. Ja. Wenn wir dann wieder ein Konzert haben, und zwar, wir starten noch einmal Open Air am 2.9. an der Rockfabrik Uebach. Quasi Heimgebiet. Wohnzimmer auch. Großes Wohnzimmer. Ja, Wohnzimmer. Und wir werden euch einfach fertig machen. Wir machen euch fertig. Wie kommt das? Tom und ich haben nämlich unser Halbjahresset geschrieben. Wir wissen, es gibt so viele Gassen. Moment, du musst immer erklären. Also, das Set fürs erste Halbjahr ist etwas experimenteller. Experimenteller. Und da wird auch so ein bisschen drauf geachtet, dass von allem, was drin ist, schön tauschen. Und da meckere ich auch mehr. Du meckerst gar nicht. Ich meckere für das erste Halbjahr, weil ich dann immer ein paar neue Herausforderungen brauche. Ich versuche mich dann immer durchzusetzen. Und ab dem, wenn das dann passiert ist, am halben Jahr ist es mehr als egal. Wie kam dir das halbe Jahr vor, das erste Halbjahr? Anstrengend. Wie so von den Konzerten her? War alles so, wie du dir das vorgestellt hast? Ja gut, wir haben ja immer fleißig auch in unserem Podcast darüber erzählt. Aber es war mehr, als ich mir vorgestellt habe, weil es sich halt immer mehr steigert. Und auch dieses Jahr, es ist noch nicht so zur Routine geworden, weil wir auch dieses Jahr, kürzlich ja erst noch in Bad Ems, tatsächlich Dinge erleben dürfen, als Band, die wir so noch nie hatten. Wie zum Beispiel Bad Ems. Das war eine grandiose Nummer. Oder eben Läden, die auf einmal ausverkauft sind, was jahrelang nicht der Fall war. Ja, aber wo man auch sagen muss, dieses Jahr, da haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, seit Lüdenscheid, letzten Jahres, waren bis auf ganz, ich glaube, bis auf ein Konzert alle ausverkauft. Ja, fast. Oder fast ausverkauft. Also war schon, oder ich glaube, zwei waren noch nicht ausverkauft. Ich wusste auch nicht, wir sind ja inzwischen sogar Influencer. Influencer? Warum? Aber wir sind eigentlich viel zu alt dafür. Aber wir sind Influencer. Sind wir da schon? Ja, wir gewinnen auf Facebook ständig irgendwas, so hier Preise, so der heißeste Shit und so. Haben wir da was von? Nö. Habe ich ja alles abgestellt. Nein, wir monetarisieren tatsächlich nichts. Ist auch Absicht, soll auch so sein. Ist ja ein Hobby, aber macht Spaß. Aber trotzdem, das ist sehr interessant. Aber jetzt hast du abgelenkt. Wo war ich denn dran? Der Tom und ich, wir haben gedacht, was machen wir denn jetzt das zweite Halbjahr? Wie können wir euch denn nochmal so richtig hart rannehmen? Und das machen wir. Das neue Set. Klar, ein paar Sachen werdet ihr wiedererkennen. Logisch, die spielen wir immer. Aber ihr werdet sowas von zerfickt bei den nächsten. Ist das so ganz schwer aufs Maul, ne? Mir fällt aber gerade auf, an der Rockfabrik spielen wir ein bisschen kürzer, ne? Ja, aber dann spielen wir nur das auf. Dann spielen wir nur auf die Fresse. Da ist ja auch nicht mal ein Song bei, wo man sich ausruhen kann. Ne, keine Balladen bei der Rockfabrik. Also das ist quasi unter dem Motto, keine Balladen. Ist das jetzt schon ein Deal? Ja, keine Balladen an der Rockfabrik? Keine Balladen! Aber unser reguläres Set, wenn ihr auf so ein Konzert kommt, wie zum Beispiel dann im September im Carthago oder im Irish Pub, da gibt es nur auf die Fresse. Und ihr werdet auch wieder ein paar Songs hören, die habt ihr seit Jahren nicht gehört. Also jetzt nochmal um... Einen davon vielleicht sogar seit Jahrzehnten nicht. Um das jetzt nochmal... Ja, und unser Schlagzeuger hat sich auch tierisch gewundert und gefreut. Hier, der eine Song, ne? Ja, der, der, der. Aber jetzt erzähl doch mal, lieber Dennis, wir haben ja jetzt Ende Juli quasi fast schon. Dann kommt jetzt dein Urlaub. Du bist drei Wochen im Urlaub. Ich fahre am Sonntag, ja. So? Und dann kommst du ja Mitte August wieder. Es kommt vorher wieder, aber ich hab... Ja, aber so, 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 so. Vorher sehen wir uns ja kaum, ne? Also, Leute, ganz im Ernst. Drei Wochen Ostsee kann ich mir nicht leisten. Ne, das ist auch zu teuer, das stimmt. Leck mir mal. Ähm, und dann müssen wir uns ja schon langsam auf den September vorbereiten. Ist eigentlich Torben mit Horst im Urlaub? Ich weiß nicht, ob der den mitgenommen hat. Ich meine, der Horst hat einen Schein eingereicht, ne? Also, der, ich muss wieder alles selber machen hier heute. Das kann sein, dass der mitgefahren ist. Würde mich auch nicht wundern. Die sitzen jetzt, weißt du, die sitzen jetzt schön hier, Liegestuhl am Strand irgendwo. Auf der Klappstühle in Wanne Eickel. Und wir können uns hier um die Scheiße kümmern, weißt du? Hauptsache, dass seit bald drei Jahren jeden Freitag um 19 Uhr hier eine neue Episode rausgepfeffert wird. Ja, wir haben noch Zeit. Ja, wir können Zeit. Jetzt aber jetzt, um mal auf den September zurückzukommen. Ja. Dann geht's aber auch richtig los, ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass wir so langsam wieder in die zweite Jahreshälfte starten, sondern ich glaub, gefühlt... Zieh ein Rektor. ...ist der September komplett voll auch, ne? Der findet quasi für uns privat gar nicht statt. Was haben wir denn jetzt? Also, wir haben am 2. September haben wir, ähm... Rockfabrik, da machen wir Open Air. Da ist nur aufs Maul, haben wir schon geklärt. Mit Rockstuh und irgendeinem grünen Pferd. Dann haben wir Doppelwochenende im Irish Pub. Es gibt für den Freitag... Für den Freitag. ...den 8.9. noch Karten. Also, auch nicht mehr viele. Dann sind wir... Ich kann... Kann sein, dass ich mich im Datum jetzt vertue, aber trotzdem, zwei Wochen später, am 23.9. meine ich, im Carthago-Champlin-Fort. Da könnt ihr auch noch vorbeischauen. Und überall kann man noch Karten bei Eventim, äh, bekommen, ne? Oder was weiß ich wo, keine Ahnung. Aber ja, außer für den 9.9. Da ist nichts mehr zu hoch. Der 9.9. ist durch. Ja. Ist ja ein sehr, sehr, sehr kleiner... Nur noch auf dem Schwarzmarkt für den 9.9. Ja, genau. Beim Afghanen eures Vertrauens. Ja. Ähm... Ja. Was habe ich? Ich fahre in Urlaub. Ne? Habe ja schon vorhin erzählt, wie schön das da ist. Ne? Wir arbeiten jetzt diese lange Liste... Am weißen Häuserstrand. Ja, wir haben uns eine sehr lange Liste gemacht. Und ich bin da jetzt sehr hellhörig. Ich habe letzte oder vorletzte Woche... Achso, wollte ich noch wissen jetzt für die zweite Hälfte der Tournee. Hast du auch... Vielleicht, das wollen ja unsere Zuhörerinnen, Innen und Fans... Und Außen. Wollen das ja bestimmt auch mal wissen. Ja. Hast du denn auch für die zweite Hälfte ein neues Outfit auf der Bühne? Ne, das haben wir... Ne. Das haben wir schon mal in einer anderen Rubrik diskutiert. Du meinst nur, weil du jetzt eine neue La Familia-Mütze gekauft hast. Das muss reichen. Ja, genau. Nein, wir sind in einem Alter, da erinnerst du deinen Style nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Der Bart ist länger geworden. Und ein bisschen grauer, aber sonst... Ne. Ich dachte, du gehst mal von schwarz auf... Grau. Ne, ich trage jetzt nur noch Polohemden. Das macht doch keinen Sinn. Ja, okay. Ich habe mir vorgenommen, nach September, da wird es ja ein bisschen zeitlich eng, dass ich mich ab Oktober mal endlich wieder weiter zuhacken lasse. Dann kommt vielleicht ein bisschen Farbe auf den anderen Arm. Vielleicht willst du erst mal den einen Arm fertig machen. Ne, das machen wir in Ruhe. Erst mal musst du auf den anderen was drauf, damit ich so einen Anfang habe, weißt du? Wenn du angefixt bist. Du kannst ja mit dem Edding was da draufmalen schon. Ne, das zieht nicht. Das muss wehtun. Du könntest ja auch unsere Autogramme tragen. Ne, das fände ich ein bisschen homo. Mitkomm. Ne, ne. Nochmal neuester Ultima-Logo irgendwo. Ja. Ich weiß, was dein Arm wert wäre, wenn ich da mein Autogramm draufsetze. Irgendwann. Vielleicht. Super. Der ist nicht sehr lange haltbar, der Arm. Obwohl, was ich noch gemacht habe, letzte Woche kann ich kurz von erzählen, wer vielleicht, jetzt ist ja Familienzeit in den Ferien, plant nach Köln zu fahren, wenn er denn noch Tickets bekommt. Ich habe die auch Monate im Voraus gekauft. Ich war letzte Woche Samstag in Köln in Jurassic World. Ne. Ja, in der Ausstellung. Und? Ich muss sagen. So ein Flie hinter dir her gelaufen. Wer kleine Kinder hat, im selben Gebäude ist übrigens auch eine Ausstellung von der Sendung mit der Maus. Da kann man vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das ist im Odysseum in Köln. Ja, ich will ja nicht spoilern. Es ist aufwendig gemacht, von der Kulisse her. Ist Steven Spielberg auch da? Ach du Arsch. Nein, natürlich nicht. So eine Wachsfigur von dir. Lukas ist es aber gekommen, aber den habe ich nicht in meine Hand geschüttelt, dem Arsch. Ach, nee. Nein, es ist von der Kulisse her aufwendig gemacht. Die vorletzte und die letzte Szene waren sehr gut. Aber man kann nicht zu viel erwarten. Leute, die Dinosaurier sind wirklich ausgestorben. Es sind halt keine echten Dinosaurier da. Also seid nicht zu traurig. Die haben es gut gemacht. Ich habe auch mal Dino-Häufchen anpacken dürfen. Dino-Häufchen fand ich ganz toll. Woher wissen die denn, wie die aussehen? Ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben. Aber du kannst da Dino-Häufchen streicheln. Und du kannst auch Baby-Dinos streicheln. Und mich hat es zerfetzt tatsächlich. Der T-Rex, wie genau, erzähle ich jetzt nicht, weil ich nicht spoilern will. Es ist verhältnismäßig teuer, wenn du jetzt mehr wie sieben Kinder hast. Aber ich glaube, für die gerade jungen Dino-Fans lohnt es sich. Sollte man mal gemacht haben. Ist eine coole Sache. Ja. Ich bin auf jeden Fall zufrieden rausgegangen. Was ihr überspringen könnt, wie üblich, wie im Phantasialand, wenn ihr aus der Dino-Show rauskommt, endet ihr in einem Merchandising-Laden, überspringt den einfach und rennt raus. Rennt raus direkt. Wenn man da schmilzt. Kinder sagen, schau mal da hinten. Da schmilzt jede verfickte Kreditkarte. Das ist unglaublich. Ich dachte, boah, guck mal, so ein Oldschool-Jurassic-Park-Logo auf einem Hoodie. Kann ich mir selber machen. Ey, 55 Euro beschnitten. Ne, warte. Ja, irgendwo muss ja die Kohle bleiben. Das Problem ist, die Kinder wollten irgendwas. Ich so, nehmt das Jünstigste. Haben die ein Poster für 5 Euro gekauft. So ein Dino-Haufen. Unfassbar. Hätten die Magnete gehabt. Hätte ich einen genommen, aber hatten sie nicht. Für den Kühlschrank. Ja. Ja. Ne, ich hab die alle auf der Spülmaschine. Überall, wo ich bin, sammle ich Magneten. Also wenn mir noch einen schönen Magneten steht. Ich hab dir da einen Oszen-Magneten mitgebracht. Ja. Ich hatte auch, wir sammeln die auch. Ja. Mach ich auch. Gibt es auch einen Laultima-Magneten eigentlich? Ja, einen. Du Arsch. Einen einzigen. Und der klebt an meiner Spülmaschine. Noch. Aber das ist vielleicht eine Idee fürs Nächste. Ja, wir haben doch die Auswahl gemacht. Ihr wolltet Schlüsselanhänger, aber ihr kauft kaum welche. Also machen wir aber nächstes Jahr vielleicht Magneten. Man weiß es nicht genau. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe letzte oder vorletzte Woche darüber berichtet. Ich habe quasi, ja, ich hab nicht gespoilert, aber ich habe dafür gesorgt, dass du vielleicht voreingenommen bist. Du warst auch in Indiana Jones. Ja, ich war da. Ich will wissen, Kollege. Also ganz ehrlich, da sind viele Sachen, wo ich mir Gedanken drüber gemacht hab, nachdem du das gesagt hast. Und erst mal muss ich sagen. Hab ich dir gesagt. Ja, du hast ja viele Sachen gesagt. So, dass du das Gefühl hattest, dass das nicht so und ... Du gehst nicht enttäuscht und nicht glücklich aus dem Film. Also ich sage mal so. Der Film war zu lang. Aber das haben heutzutage alle. Ja, das wundert mich allerdings. Da haben wir auch direkt drüber diskutiert, warum jeder verfickte Film heute mindestens zweieinhalb Stunden gehen muss. Das ist ein Trend. Ja, aber ... Kein rückläufiger Trend. Also ich sage mal so, wenn es der Geschichte dient, dass der zweieinhalb Stunden geht, ist das okay. Okay, aber nur um jetzt aus einer Verfolgungsjagd, die auch vielleicht ... Also so ein Autoverfolgungsjagd oder so. In dem Tuk-Tuk meinst du? Ja, die auch nach zehn Minuten zu Ende sein kann. Ist die Frage, warum man daraus 25 gefühlt macht. Ich habe mir auch gedacht, wie schnell ist das Tuk-Tuk und wann ist der Tank leer? Nee, das Tuk-Tuk war nicht so schnell, sondern das andere Auto war nicht so schnell. Ja. Aber es ist ja auch ein Fantasy-Film. Ich glaube, die hätten das mit Unterwasser sich sparen können. Also darf man schon spoilern jetzt nach fünf Wochen? Doch, doch. Jetzt kann man ja. Wir wissen ja, in Teil 4 waren die Außerirdischen. Die sind auch nicht wegzureden, die Außerirdischen. Nein. So, und in Teil 5 macht er eine Zeitreise. Mhm. So, und jetzt dann sich den fünften Teil anzugucken und dann nachher zu sagen, so, ja, boah, das Ende ist aber wieder totale Scheiße, finde ich nicht in Ordnung. Weil am Anfang ist erst mal Indiana Jones eh ein Fantasy-Film. Ja. Ja. Also selbst im ersten Teil die Bundeslade, die gibt es nicht. Also zumindest hat es noch keiner gefunden. Bitte? Ich als Christ? Mhm. Also, ne, die hat ja auch noch nie einer gefunden. Und im zweiten Teil kriegt er da Tarts da rausgerissen oder wie auch immer und ist dann besessen. Stimmt, bei Tempel des Todes. Dritter Teil, der heilige Gral wird beschützt von einem 500 Jahre alten Ritter, der dann zu Staub zerfällt. Kann mal passieren. Warum dürfen dann keine Außerirdischen da rumlaufen und warum darf er dann nicht auch diese letztendlich auch logische Sache machen in der Zeitreise? Also bei der Zeitreise muss ich ja sagen, ich hätte es cooler gefunden. Gut, es war aufgebaut auf der griechischen Mythologie, daher ja dieses Gerät. Ich weiß noch immer nicht, wie die das navigiert haben, aber ist ja auch egal. Aber ich fand es ein bisschen, persönlich, die Szene etwas lahm. Die hätten zu einem cooleren Zeitpunkt der Geschichte irgendwo landen können, finde ich. Ja, die muss da schon bei Archimedes landen. Ja, aber das fand ich, wo die sich dann noch mit Archimedes unterhalten haben, da dachte ich, haaaah, grenzwertig. Ja, gut, das ist jetzt auch der Filmfehler. Also er hätte ja auch nicht da bleiben dürfen, weil er hätte ja dann die ganze Geschichte irgendwie auch verändern können. Und dann wäre das ja, ne, das ist das Zeitreiseparadoxum, was ja dann immer zum Fehlern kommt. Aber letztendlich ist ja... Ja, aber der Archimedes ist ja mit Acasio beerdigt worden, ne? Ja, das wird ja dann die Uhr des Nazis gewesen sein. Ja, ja, genau. Aber auch da muss man sagen, dass das komplette Flugzeug mit der heutigen Technik ist da geblieben und die Toten... Aber selbst 69, weißt du, Harrison Ford, 80 Jahre alt, aber die geht immer noch am Ende um die Nazis, ne? Die sind überall. Ja, die gehören aber auch irgendwie... Ja, die gehören dazu. Die Gegner dazu. Was ich interessant fand, ist, wie die mit dem Alter von Indiana Jones gespielt haben. André S. aus MG hat das gar nicht gefallen. Er hat nach dem Film gesagt, was haben die mit meinem Indie gemacht? Der Mann ist 80, André. Ja, aber André S. aus MG wollte Indie nicht in der Unterhose sehen als 81-jährigen Mann. Aber da kenne ich aber 81-Jährige, die wesentlich schlechter in Unterhosen sehen. Ja, aber ich fand ja genau das, was sie mit ihm gemacht haben im fünften Teil, fand ich ja so witzig. Auch wenn man ihn hat nachher in seiner Indiana-Jones-Montur laufen sehen, er war halt so alt und konnte nicht mehr so richtig laufen. Er hat ja auch Stelzinn mittlerweile. Ich fand auch lustig, wo die dem diesen Preis an der Universität da unter überreicht haben, dass der in Rente geht und wurde dann auf der Straße einfach so hier. Also ich fand das schon nicht so schlimm. Also sie haben das gut hinbekommen, auch einen älteren Indiana Jones immer noch die Möglichkeit zu geben, Action zu machen. Und die Action war gewaltig. Und es ist kein Hipster-Gender-Film. Ja, sie haben eine Frau an seine Seite gestellt. Ja, war aber immer. Ja, nee, das war ja kein Love-Interest. Das war ja irgendwie die Tochter von seinem Kumpel oder so. Da die jüngere. Ja, ja, gut. Aber die hat das Ruder nicht übernommen. Die war wirklich eine Nebenfigur. Und lange auch eine Unsympathische. Ja, und auch nicht so im Vordergrund. Also auch von der Wortakrobatik, was die da so raushauen, das war okay. Das war in Ordnung. Also ich frage mich auch immer, was will man erwarten? Das ist halt ein Film gewesen für alte Menschen. Also für alle die, die früher Indiana Jones 1 bis 4 im Kino gesehen haben. Und sollte ja auch irgendwie so daran gedenken. Ein guter Abschluss. Was will man denn da jetzt noch Neues erfüllen? Also da kann man vorsagen, dass der Mann einfach noch einen gemacht hat. Und dafür, er war nicht scheiße. Der Hut. Der Hut. Der Hut war noch da. Die Peitsche auch. So, und man hat ja im Endeffekt aus jedem Film der ersten Teile irgendwie so eine kleine Hommage ja gesehen. Ja. Die Verfolgungsjagd. Da war ein bisschen Fanservice drin, aber nicht so viel wie bei Ghostbusters oder sowas. Und dafür fand ich das gut. Mir war der einfach nur wieder dieses John-Ricksche-Gesetz. Er war einfach zu lang. Ja. Zwei Stunden hätten da auch gereicht. So hatte man teilweise so eine, war man so ein bisschen überfrachtet vom Eindruck des Guckens. Mein Arsch wurde auch ein bisschen müde. Also das hätten sie so ein bisschen kürzer machen können. Aber sonst fand ich ihn ganz gut. Aber ist das, ah Moment, da können wir doch direkt was draus machen. Aber ist nichts für Jugendliche heute. Da können wir direkt was draus machen. Was denn? Ich weiß, deine Antwort wird nein sein, aber ist der fünfte Teil von Indiana Jones jetzt ein Kultfilm? Äh, nein. Ich glaube, dass der ein guter Abschluss ist, aber ich glaube, dass er kein Kultfilm, also alleine schon, weil ich finde die Wertigkeit eines Indiana Jones 1 bis 3, sag ich mal. Die Wertigkeit, was die da mit den geringen Special Effects, die man früher zur Verfügung hatte, wo man viel noch mehr auf Schauspielerei gehen musste und so weiter oder auf Erfindergeist ja noch, wobei die ja immer Vorreiter für ihre Zeit waren. Ich finde, dass das die Kultfilme sind und das vierte Teil, lassen wir mal außer Acht, selbst den fand ich nicht so schlimm, aber der war halt von den Special Effects Grotte. Aber der fünfte Teil ist halt ein guter Abschluss, wo man wirklich sagen kann, ja, jetzt kann er in Rente gehen. Aber was macht denn dann, gut, du sagst, die ersten drei sind Kult, sehe ich genauso. Ja, das hat mit den Schauspielern, also für mich ist der richtige Kultfilm der dritte Teil. Den ersten Teil und den zweiten Teil, da war ich noch zu jung mit ihm im Kino zu sehen. Die habe ich ja dann später im Fernsehen gesehen, meistens waren sie da auch noch gekürzt. Ja, Tempel des Todes war gekürzt, auf jeden Fall. Und für die Generation vor mir waren das schon die Kultfilme und für mich war es halt der dritte Teil. Noch ein Bierreich, Thomas, ich habe ja Urlaub. Da hat James Bond mitgespielt. Alleine das ist schon der Hit, ne? Achso, ja, gut. Also der dritte Teil, was suchst du, einen Flaschenöffner? Ja, ich suche einen Flaschenöffner. Mach doch mit den Zähnen auf. Kann ich nicht. Komm, gib mal her. Alter und so. Aber wo wir jetzt bei Kultfilmen sind, macht denn ein Kultfilm, sind nur alte Filme Kultfilme? Nö. Durch was wird ein Film Kultfilm? Durch Erfolg? Ja, ich glaube, dass ein Film zum Kultfilm wird, wenn man vorher nicht erwartet, also wenn man von dem Film nicht viel weiß, nicht viel erwartet, ihn dann gesehen hat und denkt, wow, was war das denn? Also wenn er irgendwas Neues bietet, was andere Filme noch nicht haben, so wie früher Reservoir Dogs, das war ein Film, den gab es in keinster Weise nur annähernd irgendwas Vergleichbares. Ja, direkt danach Pulp Fiction ja auch. Auch ob der jetzt wirklich gut ist, in all dem, was er macht, oder ob es doch vielleicht nur ein billiger Film war, das muss ja nichts heißen, aber er bringt irgendwas auf die Leinwand, was es noch nie gegeben hat oder in dem Falle so noch nie gegeben hat und es bleibt im Gedächtnis und das werden wir nochmal sehen. Ich habe mir letztens die Doku auf Amazon von Tarantino reingezogen und Reservoir Dogs war ja der erste Tarantino im Prinzip. Ich meine, der hat viel geschrieben und bla, blub, aber offiziell will der ja nur zehn Filme machen, neun hat er. Das war der erste Film, ja, der war richtig billig produziert. Ja, da waren alle aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber das ist ein Kultfilm, aber auch Pulp Fiction danach, weil Tarantino, ja, und es gab ja schon da 40, 50, 60 Jahre Kino zu der Zeit, aber der hat eine Regie, tatsächlich, das ist ja ein Regisseurfilm, ne, das ist ja nicht der Film der Schauspieler, Reservoir Dogs, ich rede jetzt nicht von Pulp Fiction, da sind die Rollen schon wieder Kult, aber der hat eine Regiearbeit geleistet, die du so einfach noch nie gesehen hast. Allein die Szene, wie Michael Matzen anfängt zu tanzen und dem Typen das Ohr, dem Bullen das Ohr abschneidet. Ja. Das hast du, mit der Musikuntermalung, das hast du halt noch nie gesehen. Da hat er nachher die Interfektion weitergeführt in den anderen Filmen, aber das sind für mich dann auch nicht mehr unbedingt Kultfilme. Ja, aber das war eine Kultszene. Kult entsteht ja auch durch einzelne Szenen, die einen Film legendär machen. Ja, und die nachher dann im Mainstream irgendwie weitergetrieben werden. Ja, genau. Die kopiert werden auch. Die kopiert werden, die dann auch so in, wie nennt sich das, in die Moderne mit übergehen. Zum Beispiel, auch so eine Sache hier, hundertfach kopiert, auch in Komödien und so, das Schweigen der Lämmer. Gut, Hannibal Lecter hat Kultstatus erreicht, aber auch die Szene, wo, wie hieß der erste Mörder? Buffalo Bill, glaube ich, wo der da, weißt du, sich als Transvesti, seinen Schwanz wegsteckt und da tanzt, weißt du? Ja. Oder hier, wo die Alte in dem Loch drin ist, es reibt sich mit der Lotion ein. Das ist tausendfach auch humoristisch kopiert worden und das sind Kult-Szenen. Und dadurch wurde das später ein Kultfilm. Ich glaube nicht, dass das damals, Schweigen der Lämmer, sofort ein Blockbuster war, weißt du, der die Einnahmen gesprengt hat. Heutzutage, wo es so viele Filme gibt, also gefühlt bricht das ja quasi momentan auf uns ein. Ja. Heutzutage kann ja auch jeder einen drehen. Genau, jeder kann einen drehen, du weißt ja gar nicht mehr, was du gucken sollst, vieles wird kopiert. Meistens sind es ja momentan, wie wir es gerade sehen, Teile von... Fortsetzungen, Prequels, Sequels. Die ganze Zeit so und ich sag mal so, für meine Generation sind die wahren Kultfilme, also für meine Generation sind die Kultfilme meistens aus den Anfängen der 80er oder Anfang 90er. Da kamen unsere Kultfilme auf, die auch heute noch Kult sind, Police Academy, der erste Teil, vielleicht der zweite sogar noch, so Bud Spencer-Filme, der ein oder andere, weil du hast die auch 40, 50, 60 Mal gesehen. Du kannst die teilweise ja mitsprechen. Ein ausgekochtes Schlitz-Orsten-Kultfilm. Ich finde, du kannst sogar, also es hat ein Regisseur gemacht, ich meine, an einigen Kultfilmen war der beteiligt, und zwar Robert Rodriguez. Der, ja, weil er auch was Neues gemacht hat, hast du noch nicht gegeben. Ja, From Dust to Dawn, weiß ich, ist ein Kultfilm, komm mal, aber. Aber die sind, die sind so, das sind ja Cineasten, die sind ja, die haben ja, glaube ich, gefühlt jeden Film auf der Welt zweimal gesehen, Tarantino, Rodriguez, die ganzen Typen. Ähm, die haben die Essenz aufgesaugt, was einen Kultfilm ausmacht. Und sogar in den Nullerjahren oder in den Zehnerjahren, wie nennt man das eigentlich. Ja, die haben bewusst mit diesem Klischee gespielt. Ja, zum Beispiel, wenn, als Rodriguez Machete gedreht hat. Habe ich diese Woche übrigens noch gesehen. Der hat bewusst, der Film hat nie, der hat nicht viel Kohle abgeworfen, der ist nicht lange im Kino gelaufen, aber der hat alles da reingepackt, was einen Kultfilm ausmacht. Und auch Machete ist für mich ein Kultfilm. Weißt du? Ja, das ist auch so, ja. Oder damals, ganz damals, der weiße Hai, hätte Spielberg damals gewusst, was das lostritt. Ja, ja, das ist auch genauso wie in den 90er Jahren ein American Pie Film. Der erste American Pie, auch wenn den heute keiner mehr so wirklich bewusst guckt, ist trotzdem irgendwo ein Kultfilm. Scary Movie, der erste Film, ist ein Kultfilm. Aber das heißt, im Prinzip, ein Kultfilm kann nicht nur der Regisseur ausmachen, das ist nicht zwangsläufig das Alter des Films, sondern das ist echt individuell. Manchmal sind es die Rollen, kultige Rollen. Ja, guck dir an, hier, Pretty Woman ist jetzt nicht unbedingt mein Favoritenfilm, aber Pretty Woman ist ein absoluter Kultfilm. Ja gut, da fällt mir jetzt Dirty Dancing ein und da sage ich, jeder kennt den Satz, ich habe eine Wassermelone getragen. Ja, aber Dirty Dancing auch. Und das sind Filme, die kommen jedes Jahr im Fernsehen und haben dann trotzdem immer noch mehr Einschaltquote jedes Jahr aufs Neue, wie wenn du da den neuesten Vin Diesel Film zeigst. Das stimmt, ja. Kevin Alleyne zu Hause. Also muss da ja irgendwas dran sein, dass so viele Menschen so Filme, ja Kevin Alleyne zu Hause auch, oder Stirb langsam. Das sind, Rambo, das sind halt Kultfilme, weil die immer was Neues gebracht haben. Es gibt ja auch Filme, also ich meine, wir denken jetzt ja, Rambo, Kevin Alleyne zu Hause, die haben ja damals schon richtig Asche gemacht. Die haben ja damals schon richtig Kohle gemacht. Aber es gab auch Filme, die sind kaum gelaufen im Kino oder vielleicht sogar direkt auf DVD rausgekommen und haben sich dann über die DVD-Verkaufszahlen, heutzutage wahrscheinlich, dann weiß ich nicht, Streaming-Zahlen oder so, zum Kultfilm entwickelt. Gibt's auch. Zum Beispiel, ähm. Muss aber auch einen nennen. Boah. Ja. Half-Baked. Kifferfilm. Mhm. Half-Baked, aber. Oder damals, stehe ich voll drauf, ist eher ein Dialogfilm, die ganze Jersey-Reihe von dem Regisseur Kevin Smith. Mit Silent Bob und, äh. Ja, und da rede ich jetzt nicht von Dogma, sondern auch eben, wo der mit angefangen hat. Clerks, Mallrats und so, das sind Kultfilme. Ja, wobei die jetzt, äh, das sind Kultfilme, aber die sind nicht der breiten Masse bekannt. Es gibt ja auch wirklich Kultfilme, die, die breite Masse kennt und angesprochen hat. Für, für dich und für, für, für diese, für diese, für diese Nerd-Seite ist das ein Kultfilm. Hast du mich gerade nörd? Ja, in dem Falle schon. So. Äh. Aber es gibt halt auch diese, diese, äh, ja, breite Masse Kultfilme. Und da muss, Independence Day ist auch ein Kultfilm. Boah, ja. Jurassic Park. Ja. Aber auch nicht die anderen, also immer der, der erste Film. Die haben aber damals halt schon direkt abgeräumt, ne? Ja, aber das waren dann Indiana Jones selber auch. Aber was, was wären denn noch Beispiele, so, so ein Film, der sich entwickelt hat über die Jahre? Jetzt von den, dass da noch, noch Teile nachgekommen sind, oder? Ne, der zum Kultfilm geworden ist, der sich quasi hochgearbeitet hat. Hm. Der aber im Kino vielleicht abgesagt ist. Also ich glaube, habe ich ja eben erwähnt, von Dust to Dawn hat sich später erst. Also so richtig. Also ich wüsste jetzt einen Film, ähm, also ein Actionfilm, ähm, mit Don Johnson und Mickey Rook. Harley Davidson and the Marlboro Man ist im Kino eher untergegangen, ist danach aber als, als DVD-Auswertung, ist der unter, also der ist heute einer der kultigsten Actionfilme, immer noch die es gibt. Oder zum Beispiel der, äh, Western mit Sharon Stone und, äh, Leonardo DiCaprio, schneller als der Tod. Ah, ja, ja, von Sam Raimi, ne? Also auch von einem super Regisseur, ist im Kino untergegangen. Ich habe ihn sogar gesehen im Kino. Und danach hat er sich zu einem absoluten Kultfilm, äh, Braindead, haben in Deutschland 80.000 Leute gesehen. Ich war zwei davon. Ich war zwei davon. Und mein Vater auch, zweimal. So, äh, ja, haben 80.000 Leute gesehen und danach ist der Film als Horrorfilm komplett unter den Deck. Genau so ein Beispiel habe ich gesucht, genau, ja. Braindead. Muss man einfach sagen. Der Rasenmäher-Zombie-Mann. Ja. Was sie mal wegtun, eigentlich. Also, so Herr der Ringe sehe ich jetzt nicht als Kultfilm an, weil die einfach so von sich aus bombastig sind, so. Das ist jetzt für mich kein Kultfilm. Aber ist es, also, sag ich mal, seit diese Matrix 1, ja, inzwischen, Kult. John Wick 1. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, gibt es auch moderne Kultfilme? Ja, jetzt hast du einen genannt. John Wick ist Kult. Da ist eine Kultfigur geschaffen worden. Ja, also sonst ist halt momentan schwierig. Sonst würde ich echt sagen, scheiße, wir sind wieder nostalgisch, es kommt nichts Gutes nach. Doch John Wick, damit ist eine neue Kultfigur geschaffen worden, vor ein paar Jahren. Ja, der jetzt aber leider auch am Schluss ein bisschen versammelt wird. Der fünfte, nee, war das der vierte oder der fünfte? Ich weiß schon nicht mehr. Das war der vierte und der fünfte. Ah, okay. So, weißt du. Nee, der war gut. War okay. Auch da muss ich sagen, er war einfach zu lang und die Ballerei, die war super, aber hat am Schluss dann doch ermüdet. Nee, die Treppe hat mich fertig gemacht. Also, irgendwann konntest du einfach nicht mehr gucken. Die Treppe hat mich fertig gemacht. Das ist wie, wenn du drei Stunden am Stück Achterbahn fährst, da kriegst du den Rest am Schluss auch nicht mehr mit. Nee, weil dein Adrenalinspiegel so hoch ist. Ja, nee, du bist von den Augen alleine müde, da zu gucken. Du kannst gar nicht mehr folgen. Du weißt gar nicht, wer ist jetzt wo kaputt gegangen und warum überhaupt. Und wo kommen die restlichen Sachen? Also, ich habe auch, ich freue mich auch im Prinzip über lange, über einen langen Film. Aber Leute, liebe Regisseure da draußen, ich weiß, ihr hört unseren Podcast alle. Ihr müsst gucken, dass man nicht ermüdet. Also, Bina, auch wenn du jetzt von den Filmen eigentlich nichts hören willst und gerade mit dem Hund gehen sollst. Das wollte ich noch erwähnen, Bina. Wir reden auch noch über andere Dinge gleich. Ja, viele Filme und viele Schauspieler sind ja auch mehr Schein als Sein. Ich versuche nur die Kurve zu kriegen. Meistens sind sie nicht so, wie man sich den dann vorstellt, weil man ihn als den harten Action-Heini im Film gesehen hat. Genau, unter anderem von 1990 bis 1992 wurde Anthony Hopkins zum Beispiel von jedem Fan gefragt, möchtest du mir in den Arm beißen? Ich habe sogar den Eindruck gehabt, dass man in den zwei Jahren Angst vor ihm hatte, wenn man ihm begegnet ist. Mehr Schein als Sein, wir wechseln mal eben in eine Rubrik, die wir lange nicht hatten. Ja, wann sind wir mehr Schein als Sein? Bist du eigentlich wirklich der, für den du dich ausgibst? Ich bin der. Worüber profilierst du dich? Gar nicht. Du hast einen Ego-Riser, Mann. Ja, aber nur damit die Leute mich sehen. Ja, ja, ist klar. Auch den in den Hintern rein. Das ist Fanservice. Nur so. Ja, manchmal profiliert man sich auch über Dinge, über sein Auto zum Beispiel oder so. Ja, da sagt man ja zum Beispiel, je größer das Auto, desto kleiner der Penis. Ist das so? Stimmt, ich fahre ein Isetta. Nein, aber sagt man doch so, ne? Hat man es sogar wissenschaftlich schon bewiesen? Sagen wir mal so, ich kenne eine Frau, die ist unglaublich klein. Jetzt hat die einen Penis? Nein, nein, nein. Achso. Ich bin weg vom Penis. Aber ist ja eine Frau, somit ist weg vom Penis. Ja, das ist heute Frage. Die Frau ist unglaublich klein. Und das Auto, was sie fährt, ist aufgrund ihrer Körperstatur eigentlich auch völlig unpraktisch. Aber die fährt einen fetten Jeep. Brauchst du eine Leiterung da rein? Ja genau, da ist zwar eine Trittstufe, aber eigentlich bräuchte sie noch eine Leiter. Also einmal ist sie rausgefallen, dann bin ich schon froh, dass sie sich nicht das hier nicht gebrochen hat. Also da wird auch was kompensiert. Es ist nicht immer nur Penis. Ja, aber warum überhaupt, was ich ja nicht verstehe, irgendwann in den 90er Jahren hat man gesagt, die Autos müssen ergonomischere Formen haben. Am besten wäre es auch, wenn sie gar nicht so groß sind, dann müssen die Motore nicht so groß sein. Man könnte Sprit sparen und das wäre ja für die Umwelt alles besser. Und was machen sie? Bauen die Autos einfach nur immer größer. Ist ja nicht so, dass die Parkplätze deswegen auch größer werden. Ja, das habe ich ja schon öfters mal erwähnt. Wir sind ja den USA zehn Jahre hinterher, so grob, sage ich immer. Wir werden ja auch alle immer fetter. Der Suff hat ja hier Einhalt gezogen in Deutschland. Hast recht, die Autos sind immer größer geworden, die Parkhäuser nicht. Katastrophen. Mütter fahren ja gefühlt morgens 500 Meter mit dem Suff zum Kindergarten und zurück. Ja, das Schlimme ist auch, die können auch teilweise nicht damit fahren. Ja, aber man muss ja überlegen, die kommen mit dem Kind aus dem Haus. Dann muss man erst zur Garage gehen, das Auto aus der Garage rausholen, die Garage zumachen, das Kind einpacken auf den Isofix festgemachten Sitz, mit dem Kind zum Kindergarten fahren, das Kind aus dem Iso-Sitz wieder rausholen, reinbringen, mit dem Auto wieder zurückfahren, in die Garage stellen. In der Zeit wäre ich zu Fuß schon da gewesen. Ja, also stimmt. Das findet statt. Ich verstehe das. Also warum müssen diese Autos so himmelschreiend groß sein? Ich weiß es nicht. Also für mich muss ein Auto, deswegen kommt auch diese Penis-Nummer nicht so richtig zur Geltung. Bei mir weiß man einfach nicht, was einer erwartet. Ich fahre ein Kombi, weil er praktisch ist. Ich würde auch einen Bus fahren, weil er praktisch ist, weil ich Platz brauche. Aber ich würde mir nie einen Suf holen, zum Beispiel. Ja gut. Ich würde mir aber auch nie einen Smart holen. Die, die den Suf haben, die haben auch nicht zweimal im Monat den Kofferraum mit Instrumentwerk voll, sondern die haben mal eine Kiste Bier da hinten drin, die die von der Einkaufs... Nee, der Suf ist zum Familienauto geworden. Er ist eigentlich völlig unpraktisch. Klar, du kannst da auch nur maximal fünf Personen drin transportieren. Du sitzt höher. Das war er dann aber auch. Der Rest ist Plaste. Der Rest ist Plaste. Der Suf ist völlig ein unnötiges Fahrzeug hier. Ja, es ist ein unnötiges Fahrzeug. Ich bin damals in den USA, bin ich richtige Sufs gefahren. Da hast du wenigstens noch, da hast du nicht die Plaste da, da denkst du, boah, was sitze ich denn in einem geilen, teuren Fahrzeug? Ich bin mal, das war mein Traumauto damals in den USA, einen Lincoln Navigator gefahren. Es war schon, also da fühlst du schon die Kraft zwischen deinen Beinen, wenn du so ein Ding fährst. Das ist ja jetzt zum Beispiel das Nächste. In Holland, da darf man gerade... Jetzt geht es los. Ja, pass auf, in Holland darf man 90, 100, abends ab 19 Uhr, glaube ich, 110 fahren oder 120. Ja, aber auch nur dann, weil dann ist ja die Autobahn nicht mehr so voll, keine LKWs. Hier in Deutschland, alleine mein Rückweg von der Ostsee, gefühlte 20 Baustellen, überall 80. Dankeschön, ich fahre am Sonntag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich sage nur Elbtunnel. Naja. Ich habe die Baustellen schon auf Google Maps gesehen, ich freue mich. Die Baustellen sind nicht der Stimme, wenn da nachher irgendein Auto quer steht und du nicht weiterkommst, das ist viel schlimmer. Sicher ein E-Auto, fahre ich weg. Ja, Flixbus. Bei uns fahrst du einen Flixbus. Ja, aber wenn du jetzt das mal siehst, wozu brauche ich ein Auto, also die Fahrspur bei einer Baustelle ist 2,10 Meter, steht da meistens dann, verengte Fahrbahn, 2 Meter, 2,10 Meter. So ein Suff ist gefühlt schon 2,20 Meter breit. Wozu brauche ich ein Auto, was so groß ist, was 500 PS hat, was 250 fahren kann oder noch schneller? Wenn du doch meistens nur 80 bis 100 fahren darfst. Wofür? Wo ist der Sinn? Warum wird das immer mehr? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich sage nur, also das ist in den USA auch nicht anders, da darfst du auch maximal 55 Meilen fahren. Dann sagt der eine, ja, wegen der Beschleunigung. Ja, aber was nutzt mir das, wenn ich von 0 auf 50 in der Innenstadt beschleunigen kann? Also gerade in Deutschland, gerade in Deutschland, noch glaube ich sogar extremer als in den USA, wir sind ja hier eher bei Schein und Sein, das ist eine Statussache. Das ist einfach eine Statussache. Nur damit man sagen kann, ich kann mir den leisten oder was. Ja, weil selbst wenn du die Kohle hast, wenn du richtig Asche hast, die wenigsten auch, sagen wir jetzt mal Sportwagen oder dicke BMWs, Audis, so ganz fette Audis und so. Die wenigsten fahren den wirklich, weil die autoaffin sind, begeistert sind von diesem Modell. Die allerwenigsten. Es gibt welche, die machen das definitiv. Dafür ist diese Marke geschaffen. Aber die meisten holen sich sowas doch, obwohl die eigentlich ein viel praktischeres Auto benötigten oder vielleicht gar keins, weil die das kaum benutzen oder nur, um zum Kinderjagden zu fahren, weil sie etwas darstellen wollen. Ja, entweder zum Beispiel, guck mal, was ich mir leisten kann oder einfach nur, na, da sehe ich gut drin aus. Um den, weiß ich nicht, um von irgendwas abzulenken. Das Auto, was man sich für viel Geld kaufen will, ein Auto kostet viel Geld, das sollte wenigstens für das Geld, was man ausgibt, dann auch so aussehen, dass es einem gefällt. Ja, aber der Deutsche denkt doch wirklich so. Ich sage ja nicht alle, aber viele. Naja, das Auto, was ich gekauft habe, das sollte auch gut aussehen, wenn ich das schon neu kaufe. Wie viele Leute müssen... Aber deswegen brauche ich keine 280 PS. Ich... Sneakers für 200 Euro tragen. Wen interessiert das? Keiner guckt auf deine verfickten Schuhe. Doch, das tun viele dann. Kein Mensch. Doch. Ja, aber ich frage mich doch, wenn du mir entgegenkommst als fremde Person, da kannst du von oben bis unten mit Primark eingekleidet sein. Ich denke mir nur, Hauptsache, es sind nicht so viele Löscher und du bist sauber. Da bilde ich mir noch keine Meinung. Ja, aber du bist ja auch anders erzogen worden als 90% der heutige Jugend. Ja, aber trotzdem wollen wir doch dieses ernste Thema ansprechen. Aber es gibt doch da schon diese YouTube-Video oder bei TikTok oder wo auch immer das ist, wo dann so ein Moderator da auf der Straße rumläuft und sagt, Ey, Alter, was hast du an? Was kostet das alles? Und dann wird von unten nach oben aufgezählt und dann wird der auch noch bejubelt dafür. So ist das heute. Da kannst du mit ein paar normalen Vans oder mit so einem Air Force Wandschuh kommst du nicht mehr weiter. Weißt du, und abends, wenn die dann nach Hause gehen, wenn die ihren dicken Suf geparkt haben und dann ihre Lacoste Polo-Hemden ausgezogen haben und dann heulend in Fötusstellung sich auf ihrem Ikea-Bett in den Schlaf weinen. Warum? Weil die den Briefkasten geöffnet haben und die ganzen Schufa schreiben und die Schuldenbriefe und hier Gestapo, nicht Gestapo, hier Inkasso. Inkasso Moskau. Inkasso da im Briefkasten waren, damit die Mäulen wieder auf Instagram posten können, was das für geile Hechte sind. Ich glaube, da wird einfach ganz viel kompensiert. Es gibt einen Trend, wir sind ja nicht, also schon junge Leute, sehr junge Leute, teilweise allein wegen Handys und so, Statussymbol, hochgradig verschuldet. Die haben noch nicht einen Tag gearbeitet. Nur um darzustellen, ah, ich hab's auch, ich kann's auch. Ah, hier diese iPhone-Leute. Zum Beispiel. Ja, der Torben, der kann es sich echt leisten. Also der fährt ja auch Audi, also der kann. Der kann, aber nee, ich rede ja jetzt, gerade bin ich bei jungen Leuten, ne, und, ähm. Ja, wenn du kein iPhone hast in der Schule, bist du schon durch. Ich finde eher, du solltest erstmal natürlich nicht über deine Verhältnisse leben, das macht keinen Sinn. Wenn du über deine Verhältnisse leben willst, dann sorg dafür, dass du diese Verhältnisse auch tragen kannst. Ähm, ich finde, du solltest einfach bei deinem, allem was du tust, ob das dein Auto ist, deine Schuhe, außer du bist jetzt ein Auto-Fetischist, ein Fuß-, äh, ein Schuh-Fetischist. Das ist dein Hobby. Ich sammle Schuhe. Geil. Okay. Aber ansonsten solltest du einfach deine Persönlichkeit nach außen tragen, so wie du wirklich bist. So wie wir das mit der Band machen? Ja, ich mach das. Du, du, du schließt also... Ich trage meine Persönlichkeit nach außen. Ja. Erzähl mal. Ob du willst oder nicht. Was ist, was ist denn da deine Persönlichkeit? Wo, wo, wo sind denn da die, äh, markanten Punkte? Meine Persönlichkeit ist, ich trage so quasi keine Markenklamotten. Ich gucke aber, dass ich trotzdem total gefährlich aussehe. Also so rockermäßig. Aber wenn ich mit meiner, meinem Auto... Ist das jetzt nur für die Show oder auch sonst? Nee, das bin ich. Das ist meine Persönlichkeit. Aha. Aber auch total locker eigentlich. Und sogar vielleicht ein bisschen introvertiert. Aber wenn ich zum Beispiel mit meinem roten Dacia vorfahre, weiß jeder, okay, das ist ein Pragmat. Autos interessieren den nicht. Und das ist okay. Ich hätte auch lieber gerne einen dicken, großen, schwarzen Bus. Habe ich auch nicht. Ha? Habe? Nee, habe ich aber nicht. Und ich werde mir jetzt auch nicht nur, weil ich meine, dann passt das besser zu... Ich sehe jetzt noch mehr aus wie ein Rocker. Werde ich mir keinen kaufen. Mache ich nicht. Du könntest den, äh, roten Dacia schwarz umlackieren. Könnte ich, aber das würde den Wert des Dacia übersteigen. So ein Matsch-Schwarz. Kannst du mit einer Sprühflasche machen. Ein Matsch, ja. Ja. Boah, war der schlecht. Torben hätte jetzt wieder gelacht. Ach Gott. Also, also, also gibt es auch in der Rockband-Szene quasi Leute, die sich darstellen zu dem, was sie eigentlich gar nicht sind? Oh, schon. Die toten Hosen tun so, als ob sie Punk wären? Nee, 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 nee. Das ist wieder eine ganz andere Kiste, die du da aufmachen musst. Da reden wir von Leuten, die das seit 40 Jahren machen und inzwischen über 60 sind. Ich glaube, da musst du echt nochmal... Ich stelle mir ja heutzutage die Frage, ob die wirklich früher Punk waren oder ob das auch nur ein Image war. Ich finde, heutzutage eher... Nein, glaube ich nicht. Es war damals so. Es wurde gelebt. Die Ärzte. Es wurde gelebt. Die Ärzte. Ich glaube, das waren auch keine. Doch, die kommen aus der Szene. Die kommen aus der Szene. Punkt. Aber irgendwie... Das ist ja... Wir merken, wir sind gerade in so moralischen Dingen. Wir wollen den Zuhörern was mitgeben. Amen, Bruder. Und dieses Schein und Sein-Thema deutet doch mehr auf diese ganze Influencer-Gesellschaft wieder hin, oder? Das ist heute das große Thema, ja. 99% von dem ganzen Scheiß-Hochglanz-Filterscheiß, den ihr im Internet seht, ist einfach nur Fake. Auch die weinen sich abends wegen dem nächsten Schufa-Brief in den Schlaf. Und die Frage ist ja, welches Foto ist doch echt? Keins. Also ich habe ja keine Filter auf meinem Foto. Nur wir sind ungefiltert. Wir stehen auch dazu. Wir lachen auch darüber, wenn wir scheiße aussehen. Ja. Ja. Aber ich mache doch keine Filter. Ich glaube, letzte Woche wurde ein großartiges Foto von mir geschossen. Ich hatte hier Kollegen zum Grillabend und ich habe in der Woche davor von einem Kumpel von mir, der mir immer großartige Geschenke macht, eine neue Grillschürze geschenkt bekommen. Die Grillschürze bildet ab einen wohlgeformten Männerkörper. Richtig wohlgeformt. Im unteren Bereich, so im Lendenbereich, ist allerdings noch ein 20 cm Stoffwiener in leuchtend rosa angenäht. Und ich wurde so abgelichtet. Ich war mir nicht zu schade dafür, das auch zu veröffentlichen. Ich habe mir, glaube ich, auch einen Kommentar abgegeben dazu. Weil es einfach scheißegal ist. Ja. Du hast eigentlich recht. Macht euch mal locker. So. Macht euch mal locker. Ja. Wo waren wir denn jetzt? Ich finde, wir sollten jetzt ein bisschen depressiver werden, weil wir haben lange nicht mehr über das Sterben geredet. Ei, ei, ei. Ja. Ja, also doch. Backstage-Geflüster. Maxi, wir wickeln hier alles ab und geben noch echt was mit. Ja, wir müssen auch Gas geben, damit wir diese ganzen Rubriken auch durchkriegen. Ja, also es wird im Moment wieder gestorben. Wer ist jetzt gestorben? Wir entdecken Trend. Ich finde, da muss man drüber reden. Letztens haben wir auch über die Hollywood-Krise gesprochen. Jetzt sollten wir reden über das Festivalsterben. Ich finde, auch die Musik ist in der Krise. Also gefühlt jetzt mal, als ich im Urlaub war, hatte ich ja viel Zeit, auch mal auf Facebook und so ein bisschen rumzuscrollen. Ich habe dieses Jahr, also 2023, den Eindruck, dass es so viele Konzerte wie noch nie in kürzester Zeit irgendwie in ganz Deutschland und Umgebung. Noch immer der After-Corona-Run wahrscheinlich. Also ein Open-Air nach dem anderen. Unfassbar. Die Masse an Content. Und wie reagiert der User bei einem Überangebot? Ich weiß gar nicht mehr, wo der hingehen soll. Und er hat die ganze Kohle auch nicht. Also ich finde, dass das dieses Jahr an vielen Ecken in der Musikbranche irgendwie hakt. Erstmal der Trend, was 2022 irgendwie angefangen hat, alle Rentner-Bands meinen, die müssten jetzt nochmal ganz schnell auf dem Markt nochmal loslegen, kommen dann für ein Sonderkonzert nach Deutschland oder zwei. Das ist ein Zwei-Sekunden-Ausverkauf? Ein Zwei-Sekunden-Ausverkauf für eine Kohle, die Gott in der Welt verboten hat. Anstatt wie früher mal so eine Welt-Tournee zu machen, fünf Auftritte in Deutschland, drei in Holland und was weiß ich, ist das dann ein Exklusiv-Konzert mit Front-of-Stage 500 Euro. Dann kannst du noch... Recht, ein Tipp verraten. Wähle dich einfach über den VPN ein und kaufe über den indischen Server in Rupien. Das ist halt ein bisschen günstiger. So und dann... Ja, hast recht. Dann zehn Open-Airs gefühlt an dem gleichen Wochenende im Juli. Über ganz Deutschland verbreitet. Keiner weiß noch, welche Band wo, mit wem, wann sollst du da noch hingehen. Ticketpreise ohne Ende, Getränke, Essenspreise vom Feinsten. Den Campingplatz bei Rock am Ring hat ohne Ende gekostet. Hat so viel gekostet wie damals bei uns Rock am Ring. Das ganze Rock am Ring. Ja. Wer soll das alles bezahlen? Und dann habe ich dann halt... Wer soll das alles bezahlen? Und dann habe ich im Nachhinein halt immer gelesen, ja, hier, Open-Air dort wird abgesagt wegen zu wenig Karten verkauft. Open-Air dort wird abgesagt... Ja, manche sind wenigstens so ehrlich und sagen, dass es deswegen ist. Ja, man munkelt ja, das ist ja so, es gibt ja zwei verschiedene Konzertveranstalter. Die einen, die haben die Kohle und ziehen das auf und ziehen das durch. Die machen im ersten Augenblick auch keine Miesen. Und die anderen verlassen sich auf die Ticketkäufe. Und wenn die Ticketkäufe nicht eine ganz gewisse Summe überschreitet, dann müssen die das Ganze absagen. Ist auch bei Einzelkonzerten so. Ich meine, die verdrängen natürlich die Großen, also quasi so monopolstellungsmäßig, ne, die Großen verdrängen natürlich auch die Kleinen. Das heißt, selbst wenn einer eine richtig geile Idee für ein cooles Festival hat, klar, ist der von den Verkäufen abhängig, kriegt aber die Kurve nicht. Guck mal, man hat ja selbst bei Rammstein momentan, weil jetzt mal nicht hier, die Skandale scheiß drauf, da will ich gar nicht drauf rumreiten. Ne, alle haben Angst vor Lindemann. So, da machen die vier Konzerte in München. Drei in Berlin jetzt. Drei in Berlin, einfach so mal hintereinander, alles ist so gut wie ausverkauft. 60.000 mal 90 Euro. Der Fan muss hunderte Kilometer reisen. Gut, ja, die Bühne ist so aufwendig, dass man sie jetzt nicht einfach mal eben da, und dann soll man doch die Bühne einfach so bauen, dass man sie dann auch wieder irgendwo anders hinfallen kann. Ich finde das schon so ein bisschen, und das dann alles auf kürzeste Zeit, dass der Fan, und letztes Jahr sind sie auch schon mit dem gleichen Programm aufgetreten. Aufgetreten, gleiche Bühne, das ist doch nur noch Geldmacherei. 2000, wann war ich denn da, wann ist denn das, das Rammstein? 2022, letztes Jahr. Ne, das mit dem Streichholz drauf. War das vor Corona? Das war vor Corona. Ja, da war ich auf der Tour, war tatsächlich selbe Aufbaute, selbe Show, die nicht schlecht war, um Himmels Willen, aber war noch einmal dasselbe. Ist jetzt noch einmal dasselbe. Ja, ist noch ein paar neue Songs dabei. Ja, ja, genau. So, alles gut, aber die Preise auch wieder völlig daneben. Und die Leute kaufen, 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 und irgendwann haben die alle keine Kohle mehr. Da sind wir wieder bei der Thematik von eben. Da kannst du mal sehen, was das heißt, wenn wir schauen, dass wir für unsere Fans und auch für alle anderen, die dann vielleicht mal kommen, dieses Jahr zumindest noch die Preise bei 15 bis 20 Euro halten können. Ja, das liegt auch gar nicht wirklich an uns, weil unsere Mehrkosten sind marginal gestiegen, so Sprit und so eine Scheiße, Equipment. Aber eben, die Veranstalter natürlich, alles teurer. Alles ist teurer geworden. Der Veranstalter hat nicht genug Servicekräfte. Personal, Getränke. Muss er also mehr Geld ausgeben, damit er die Servicekräfte wieder bekommt. Security. Und wird hinten drauf geballert. Das ist ja auch völlig okay und legitim. Ja, klar. Aber, ja, du hast halt die Situation, jetzt wurden echt ganz viele kurzfristig Sachen eben abgesagt. Weil die sich dann alle, alle wollen ein Stück vom Kuchen abhaben, alle kommen sie jetzt raus. Ja, aber Leute, die Preise. Aber die Leute haben das ja nicht auf der Tasche. Das ist doch alles unfassbar. Ja, kleine Cola mit Pommes in Oberhausen, in der Arena, knapp 10 Euro. Kann ich überbieten, Currywurst Pommes bei der Jurassic World Ausstellung, 13 Euro. Also geht vor, übrigens, neben dem Odysseum ist ein Mac, es geht da hin. Das ist doch krank alles, oder? Ja. Gestern im Kino, also nee, am Dienstag, wo ich im Kino war, für eine halbe Liter Plastik-Ped-Flasche-Cola, 5 Euro. Das ist lächerlich. Und dann wundern die sich, wenn die Leute von zu Hause die Getränke mitbringen. Ja. Ja, im Winter geht das immer gut. Da krieg ich viele in die Jackettaschen rein. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal ohne, 5 Euro. Die würden doch auch an der Flasche verdienen, wenn sie sie für 3,50 Euro verkaufen. Da würden die ja auch noch dran verdienen. Ich sag mal, das ist ja einfach nur Abgeschmack. Also, man muss ganz ehrlich sein, niemand arbeitet umsonst. Soll auch niemand. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form verkauft oder etwas anbietet, ist logischerweise in irgendeiner Form gewinnorientiert. Da stecken Menschen hinter Familienwohnungen und sonst was. Aber, gerade bei so Sachen auch wie Kino. Wir haben ein scheiß Kino hier in Gladbach. Ein scheiß Kino. Das gehört einem scheiß Typen. Und die wissen um ihre Monopolstellung. Und deswegen kostet die Cola nicht 3 Euro, sondern 5. Da geht es sich nicht nur um die Teuerung, bin ich der festen Überzeugung, sondern eben. Und das kannst du auf ganz viel. Das kannst du auf ganz viel projizieren. Ob das jetzt Marek Lieberberg ist oder sonst wen. Es geht sich trotzdem auch darum, wie wird reich noch reicher. Ja, natürlich. Aber nochmal, wenn ich die Flasche Cola, die halbe Liter Flasche im Einkauf, da kriege ich die für 89 Cent oder was. Oder vielleicht noch günstiger. Dann habe ich bei 3,50 Euro auch viel Geld dran verdient. Ja. 5 Euro ist einfach nur abgeschmackt. Und für das fullige Popcorn auch nochmal 5 Euro zu bezahlen, ist auch lächerlich. Ja, man muss es ja nicht kaufen, aber das ist schon gemein, wenn man es riecht. Es gehört dazu. Es ist auch gemein, wenn man es riecht. Das ist wie so eine Currywurst, wenn du dran kommst. Ja, wenn du da reinkommst. Currywurst, 7 Euro auf der Kirmes, ich bitte dich. Wo soll denn das hinführen? Das ist ja noch harmlos. Da ist ja noch nicht mal Goldbelag oben drauf. Und die Pommes ist echt klein. Ja, also ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Bier auf dem Schützenfest. Bis, haben sie gesagt, es könnte sogar passieren, dass es dieses Jahr bis zu 2,90 Euro wird. Habe ich dieses Jahr, diese Woche einen Bericht gelesen. Selbst hier in Mönchengladbach nähern wir uns bei Schützenfesten und öffentlichen Veranstaltungen bei den Bier- und Alkoholpreisen. München, was ist da los? Wir sind hier in NRW, wir sind alle arm. Wir sind nicht in Bayern. Was ist denn in München? Ja, das Maß kostet 700 Euro plus, weiß ich nicht. Plus 30 Euro. Plus Füllschein oder was. Ja, in Düsseldorf auf der Rheinkörme kostet 0,25. Alt kostet 3,50 Euro. Wie willst du denn da am Abend noch was haben? Für Möbelpolitur würde ich im Leben nicht ausgeben. Ne, ich finde man muss, ich weiß nicht. Wenn du was anbietest, wo du nicht nur eine, wo du alle ansprichst, wo du nicht nur eine bestimmte elitäre Kundschaft ansprichst. Gerade wenn es um Familien geht. Leute, es gibt nicht umsonst auch hier Gutscheine für Kinder aus armen Familien und so einen Scheiß. Bietet mehr Familientarife an. Bietet wenigstens Packages an. Mengen Rabatt. Irgendwie sowas. Das finde ich cool. Ja, und Fantasie, da musst du auch aufpassen. Ja, da zahlen wir uns ja, oh, da zahlen wir uns dumm und dosig. Sollen wir schon teasern? Komm, da teasern wir eben. Also, ich habe in dem 51 Euro pro Person zu 51 Euro pro Person, weil wir zweit waren. Ja, ich hatte noch einen Gutschein, wir waren bei 45 pro Person am Ende. Muss ja ehrlich sein. Aber, Leute, nächste Woche Freitag fahren wir nämlich ins Fantasialand. Also schaltet ein, das wird königlich. Jetzt haben wir aber genug über den Zerfall der Musik geredet. Ich finde, wir sollten noch ein bisschen, ja, gute Musik reinbringen. Ja. Meinst du, ja, komm. Oh, kaputt. Was machen wir? Ohrwürmer. Einen Ohrwurm. Hast du noch einen Ohrwurm? Ja, hier, hey, Macarena. Nee, so für diesen Sommer jetzt. Ich habe nämlich auch gelesen, ich habe ja Urlaub, ich komme ja viel zum Lesen, dass es dieses Jahr einfach keinen richtigen Sommerhit gibt. Ja, ist richtig. Hättest du einen Ohrwurm für uns? Pass auf, und zwar gibt es ja diese digitalen Radiosender. Und da gibt es auch den 80er Radiosender und den 90er Radiosender, wo nur 80er und 90er Jahre Musik läuft. Und auf dem Rückweg von der Ostsee nach Hause hatten wir den 90er Radiosender drauf. Und das wäre auch ein Ohrwurm, weil früher war es ein Ohrwurm. Der würde hier passen. Und zwar von Marky Mark United. Boah, mach mal, mach mal. United. Nee. Ich habe ihn jetzt nicht. Ja. Du musst ihn ja für die Spotify-Liste raussuchen. Weil den nehme ich auch gleich. Kannst ja nachher draufsetzen. Aber das ist auch ein richtiger Ohrwurm. Für dich würde ich Cotton-IgO nehmen. Warum? Sieht aus wie ein Cowboy. Ja, mit dem Bart siehst du aus wie so ein Südstaaten-Puzzle. Hey, hau die. Sag mal, welche Abstammung hast du? Mein Kautabak ist leer. Hör mal, wenn du nicht hier auch geboren bist, dann haue ich meine Schrotflinte raus. Da ist Krokodil mit drin. Unter von meinem Grundstück. Also so, Cotton-IgO. Ich sag mal, wir nehmen als Ohrwurm. Der Mutschein ist fertig. Nehmen wir als Ohrwurm, einigen wir uns bei mir auf Cotton-IgO. Okay. Ich nehme, weil ich Sonntag in den Urlaub fahre. Und ich hoffe, vielleicht hören sie mal in einen dieser Podcasts rein. Da endlich nach drei Jahren Pause die großartigen DJs und Animateure John und Mirko. Die sind toll, wirklich toll. Die nennen sich auch, ich glaube, boah scheiße, Moonlight Brothers. Irgendwie so was. Wiedersehen werde. Und wir werden sicherlich ein Bierchen trinken. Die haben mir einen Ohrwurm verpasst, der schon vor Jahren ein Ohrwurm war und gar nicht meine Musik ist. Aber so wie die da drauf getanzt haben, ich habe mitgemacht vor ein paar Jahren. Ich hoffe, das wird mich nächste Woche auch nochmal erfassen. Ich nehme Psi mit Gangnam Style. Gangnam Style. Dö, 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 dö. Wop, wop. Gangnam Style. Mega. Und das haben die gekonnt. Die hatten die Brille an, die hatten das Outfit mega. Ja, okay. Das ist auch ein Ohrwurm. Ja, 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 ist okay. Da passiert nicht viel. Keiner kann den Text, also in der Strophe. Keine Ahnung Aber doch Ist ein Sommer-Uhrwurm jetzt Bevor wir das vergessen, weil letzte Woche Haben wir den Bohnenkamp Vergessen Ich trinke auch zwei Für letzte Woche Oh Gott sei der Mama Ist das jetzt wie im Kino? Rieche ich den schon Oh das Geräusch Ich habe Gänsehaut an Stellen Die kennst du nicht ASMR Junge Hört man das Wenn ich den jetzt aufdrehe Ne, das macht kein Geräusch Komm lass uns einen wegballern Meine Damen und Herren Ich trinke einfach auf Den Urlauber Torben Und auf unseren Ausflug nächste Woche Ich freue mir den Arsch ab Ja und deswegen hat die Kaiserin So lange gelebt Weil die immer ihre Kräuter Zu sich genommen hat Leckeres Getränk Im September verteilen wir Natürlich auch wieder Bohnenkamp Von jeder Achterbahn Bohnenkamp Dazu möchte ich noch was sagen Wisst ihr eigentlich Also die 45 Euro sind in mich Nicht so gut investiert Ich kann das eigentlich 51 45 mit Gutschein Also Ich kann das eigentlich Nicht so gut vertragen Mit den Achterbahnen Also Ja ja Da kriegen wir schon hin mit dir Ich möchte Also Wir müssen Jedenfalls ein paar Sachen zensieren Wenn wir da Wenn wir da Wenn wir da Blaue Pille Übertragen Eine rote Pille Also Ich möchte nicht Dass man danach denkt Dass ich voll das Weichei bin So wie mit Danger jetzt Der da Von den Affen missbraucht wurde Also Der Danger Ja ich spreche dir In der nächsten Woche mal drauf an Ich glaube der hat ein Trauma erlitten Ich sag nur Roter Arsch Jetzt Ja Wo waren wir Bei Musik Ich bin der Hit Ich glaub nur drei Minuten Daddy Killer Damit wir wieder Nostalgisch und kultisch werden Hast du noch ein Album Was man von vorne bis hinten durchhört Ja tatsächlich Habe ich noch ein Album Was ich auch tatsächlich Immer von vorne bis hinten durchgehört habe Und zwar Das Album Glaubst du jetzt nicht Nee Kings of Metal Von Manowar Puh Auch das konnte man Von vorne bis hinten durchhören War Kings of Metal War eins aus den 90ern oder? Äh 80 80er 80er noch? Ja ich glaube das war Ende der 80er Äh ist da Kingdom Come drauf? Kingdom Come Ja ich glaub schon Bah okay Ja das Nee das ist cool Das ist wirklich so episch Da sind so die Da ging das los Dass die noch schneller Und noch Da waren die auch noch nicht lächerlich Ne da waren die noch nicht lächerlich Da waren auch so ein paar Fantasy Songs mit drauf Also Äh hier mit 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 äh mit einer Geschichte die vorher erzählt wurde Von Großvater zu seinem Sohn Danach dann das Lied dazu Ja Storytelling mit viel Pathos konnte er ja Ne also das war schon toll Die touren übrigens noch immer ihre letzte Tour ne also Ja die können noch weiter das ist überhaupt kein Problem Aber dann gehe ich nur 10 Jahre weiter als du Wo denn? Mein All Killer No Filler Album für diese Woche ist äh Habe ich mich in letzter Zeit viel mit beschäftigt Ähm das Das Album wo mit Marilyn Manson zum Popstar geworden ist Was machst du denn da? Oh Da kann ich mir noch ein Brudelkamp trinken Das Das ist doch richtig cool Ja das geht doch ins Ohr oder? Da ist Autofahrmucke Wir dürfen nur 15 Du darfst nur 15 Sekunden laufen lassen Sonst kriegen wir wieder eine Abmahnung Oh Wenn ich 15 Sekunden laufen lasse 15 Sekunden Pause und wieder 15 Dann geht das ne? Das weiß ich nicht das müssen wir mal anwaltlich begutachten lassen Ähm Ich bringe Keiner Song Ich bringe mit das Glaube ich dritte Album von Marilyn Manson Ja Ist glaube ich von 98 und damit ist er zum Überpopstar mutiert Und hat eigentlich mit dem Album Ja das karikiert was er danach geworden ist Und zwar Mechanical Animals von Marilyn Manson Okay Das ist ein großartiges Album Das ist gar nicht so böse und schwer wie die zwei Alben die er davor gemacht hat Hier so Antichrist Superstar und so ne Scheiße Aber Es war bunt Das war rockig Und das ging im Prinzip Komplett gegen das Was In dieser ganzen Rock Pop Maschinerie Was da so vorherrscht An Schein und Sein Also es passt super zu den Themen heute An Drogenmissbrauch und sonstiges Das ist wirklich Eher ein Glamrock Album Der hat sich auch am Glamrock orientiert Als dass das ein Industrial Album war Und Marilyn Manson kommt ja eigentlich aus dem Industrial Man kann sich noch an die Videos von damals erinnern So wo der als androgynes Wesen da aufgetreten ist Quasi weder Mann noch Frau irgendwie Super Album Da ist The Dope Show drauf I don't like the drugs but the drugs like me Da ist Coma White drauf Das ist ein Album Was du von vorn bis hinten durchhören kannst Und es macht Spaß Es ist verbal ein bisschen fies Ein bisschen in die Rippen Aber im Absolut Ja gut wenn man kein Englisch kann ist ja egal Ja aber es ist total im Glamrock gewandt Das macht total Spaß Es zu hören Da ist nichts lahm und Depri Und Doch das war ein richtig buntes Album Hab ich mir damals auch Ungefähr achtmal in der Stadtbibliothek ausgeliehen Bis ich einen gefunden hab Der den Kopierschutz knacken konnte Ne ich liebe das Album noch heute Mechanical Animals Aber schwer auszusprechen Nach zwei Bohnenkampf Mechanical Animals von Marilyn Manson Und dein Siehst Manowar mit Kings of Metal Ja super In diesem Sinne Ne wir haben dann Wir müssen doch auf die Liste noch was drauf Ja will ich doch In diesem Sinne Wolltest du jetzt Schluss machen Nein in diesem Sinne Packen wir jetzt noch was auf unser Mixtape Weil Ihr müsst das für immer hören Das längste Mixtape der Welt Übrigens Rockhütte Mixtape Findet ihr auch auf Spotify So wie unseren Podcast Das Rockhütte Mixtape So Stille Willst du anfangen? Ja ich bin jetzt schlecht vorbereitet Ich will auf jeden Fall auf dem Mixtape haben Dann passenderweise Von dem eben besagten Album von Marilyn Manson Sehr gerne Welches nehme ich denn? Ja Marilyn Manson mit I don't like the drugs But the drugs like me Ich weiß nicht wie der den Gospel Chor dazu bekommen hat Bei dem Lied mit zu singen Aber es ist großartig Das hätte ich gerne Macht richtig Spaß Ähm Dann gibt's eine Ich wundere mich Dass es die noch immer gibt Eine italienische Crossover Band Eigentlich aus den Nullerjahren Namens Exilia Die haben einen Song vom Im Moment Wir sind da raus Wir sind zu alt Scheinbar größten Entertainer der Welt Nach Michael Jackson Hat er dich an und schon in Tarno? Ne The Weekend Ich hab da auch keine Ahnung von Der war letztens in Düsseldorf Alle sind ausgerastet Ich hab keinen Plan davon Aber Exilia hat Blinding Lights Auf Metal gecovert Den hätte ich gerne noch drauf Exilia mit Blinding Lights Von The Weekend Als Cover Und zu guter Letzt Jetzt muss ich mir aber echt Was hier aus den Rippen schneiden Du musst nicht Doch ich möchte aber Weil ich auch so Laune habe Und in Urlaubsstimmung bin Und ja Non-Klassiker Wo wir bei Kult sind Der Song ist eigentlich vergessen Wenn er aber wieder läuft Sagt man Oh Outcast Mit Sorry Miss Jackson Oh I can't for real Never meant to make your daughter cry Kennst du das nicht? Du musst jetzt hier nicht singen Na Ja wenn ich ihn höre vielleicht Der ist cool Also ich Pass auf Ich nehme heute Und zwar ist das Lied nämlich Also einmal von Marky Mark and the Funky Bunch United Ja Dann höre ich ihn auch mal Vorspielen Ich kann ihn nicht Ne 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 Ich höre den hier auf dem Mixtape Denk dran 15 Sekunden Ach ja Ja weißt du es klar Ja wenn ich die Kirchenorgel da höre Dann weißt du es scheit Und jetzt nämlich von Prince Italy Joe Und Marky Mark Das ist nämlich auch ein Ohrwurm 90er Junge Happy People Das ist so 90er Ja feiere ich Ja ich auch Bin ich voll dabei Unfassbar geil auf einer Party heutzutage Da kann man sich richtig schön bei besemmeln Ja ich hätte jetzt auch Bock drauf Sollen wir gleich noch einen trinken? Geil oder? Ja Komm dann lass aufhören Dann lassen wir nur noch so was rein Bist du damit durch? Ja Ja okay Dann haben wir noch Dem Anstand halber den Alarm einmal laufen lassen Also noch einen schönen Resturlaub an Torben und scheinbar Horst Und auch an alle Zuhörer Und Danger und Alex Und nächste Woche gibt es unser zweites Sommerspecial Wir berichten von einem großartigen Tag am Freitag Im Phantasialand Ja teilweise Ja also an dem Tag nehmen wir das Wir nehmen mit auf was uns alles passiert Von meiner Seite her Von 19 Uhr dann hören wenn wir im Auto sind Da müsst ihr einschalten Auf jeden Fall von meiner Seite her kann es sein Dass es der letzte Podcast gewesen ist Dann nächste Woche Ich weiß es Ja ne für dich vielleicht Hab schon ein bisschen Angst Und freut euch auf den Tourstart Nach der Sommerpause Wir machen noch ein bisschen Sommer Euch allen alles Gute und gut Tschüss Das war der Rockhütten Podcast Folgt uns auf allen gängigen Plattformen Und bei Fragen und Anregungen Erreicht ihr uns per E-Mail unter Podcast at rockhütte.com Danke und bis zum nächsten Mal Game over